Ist das Anzünden von Weihrauch gegen Nazar Schirk, kommt darauf an, wenn du sagst, dass diese Sache dich davon beschützt, dann könnte es Schirk sein in diesem Fall. Aber wenn du sagst, Allah beschützt dich dadurch, dann ist es inshallah kein großer Schirk. Oder wenn du sagst, was viele Rahis sagen, dass die Djinn sich zum Beispiel bei schlechten Gerüchen wohlfühlen und wenn du Weihrauch anmachst, dass sie dann nicht im Haus sind, dann ist es kein Problem inshallah.